Was ist der Anzug für den Anzug? Ja, erstmal ist es so, dass jeder seinen maßgeschneidten Anzug hat und der auch zu 100% passt. Ich meine, wir müssen immer auf unsere Linie achten und trainieren ja das ganze Jahr. Und da haben wir jetzt nicht große Unterschiede von Gewichtsreduzierung, Verlust oder Zuwachs. Und dementsprechend wissen wir, dass wenn wir unseren Anzug anziehen von Armani und auf Reisen gehen, dass er immer passt und es ein tolles Gefühl ist, ihn zu tragen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein, zwei Jacken gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Natürlich ist es erst die Kollektion dann auch für den nächsten Winter. Aber wenn ich jetzt ein Bayer wäre, dann würden mir schon ein paar Sachen einfallen, die ich für meinen Shop einkaufen würde.